So, wir haben hier einen schönen Hardcore-WOW-Clip. Wenn die Leute hier in Hardcore-WOW sterben, ist der Char weg. Und dieser Char ist ganz schön bei dem Endgame. Das ist ein Level 58er, so wie das gerade aussieht. Und der möchte nämlich gerne wahrscheinlich diese Quest machen. Ist ein übel Quest, ihr seht es gerade. Übel, übel. Und der muss hier was looten, beziehungsweise anzünden. Hier, Flame in the Bottle. Das ist so eine Quest, da muss man diese Östliche Königreiche, ästliche Pestländer, da muss man diese Zelte anzünden. Und ich glaube, ich weiß, was passiert. Er denkt, er kann es von hier anzünden und dann pullt er alles. Ziemlich sicher. Ja. Ich erkläre euch die Problematik. Das wird euch auch passieren, wenn ihr da nicht aufpasst. Wenn ihr an ein Objekt rangeht und ihr keine Akro pullt, der ist tot. Direkt down. Ich erkläre euch mal die Mechanik ganz kurz. Das ist eine wichtige Mechanik, die sollte man wissen. Ihr seht, es ist kein Problem. Er steht hier, er wird nicht angegriffen. Aber, wenn ihr mit einem Objekt interagiert, zum Beispiel hier die Kiste oder hier das Quest-Item, dann erhöht sich für eine Millisekunde eure Akro-Range und diese Mobs von beiden Seiten greifen euch an. Na, das heißt, ihr müsst die Leute klären. Also auch wenn ihr daneben stehen könnt und es looten könnt, heißt das nicht, dass euch die Mobs danach nicht angreifen. Dann nimmt das. Es ist halt auch, boah, na. Er versucht alles, stellt sein Tod im Zimmer, das sind so viele Mobs. Was macht der gerade? Warte, warte mal. Hat der gerade aus... Hat der gerade sein Backpack geöffnet? Im Backpack auf Consumables geklickt und seine Heligen-Potion aus dem Backpack rausgedrückt? Na gut, das kann man machen. Wie gesagt, passt unbedingt auch bei Objektives auf. Ob es Truhen sind oder irgendwas, schleicht euch da nicht an. Wenn ihr selber einen HC-Dev-Clip habt oder einen anderen Clip, ich habe einen Discord. Verlinkt in der Beschreibung. Gerne reinschauen. Und dann bis denne. Tschüssi.